Moin Kinders, wir sind hier gerade so ein bisschen spazieren, die ersten schönen Sonnenstrahl mal genießen, ohne dass einem der Zipfel in der Hose friert und wir laufen hier so rum und da man als Sonnpleier immer die Augen auf dem Boden hat, habe ich hier ein Glas Brocken gefunden und hier einen Glas Brocken und da ist auch noch einer, also Augen auf, wo seid ihr, Augen auf beim Eierkauf. Musik 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 Amen.